Er hat eine besondere Gabe. Die erste Berührung macht Tote wieder lebendig. Die zweite tötet für immer. Doch dann berührt er die Liebe seines Lebens. Was wäre, wenn du nicht tot sein müsstest? Naja, das wäre mir natürlich lieber. Du berührst Mordopfer, fragst die, wer sie ermordet hat, berührst sie wieder, sie sind von neuem Tod und dann streichst du die Belohnung ein? Kurz gesagt, ja. Ich darf dich also nicht mal umarmen? Auf keinen Fall. Dann kommt dein Kuss also nicht in Frage? Von den Machern von Man in Black lassen sie sich berühren von einer Welt, in der sich Wunder und Wirklichkeit treffen. Pushing Daisies, die neue Serie. Ab nächsten Mittwoch, 21.15 Uhr, ProSieben.